Fortschritt geht voran. Ärzte und Wissenschaftler verkaufen dir irgendein Wissen, von dem du selbst nicht mal weißt, ob es Wissen ist. Okay, das können wir uns gerade noch so leisten. Und dann erzählen sie dir von diesem ganzen anderen Zeug. Das sind doch Quacks. Ich hab losgeheult. Aber ganz leise. Damit Dawn nicht aufsacht. Sie bekommt einen Brief. Von einem jungen Mann. Manche nannten es ein Aufstand. Aber alle wussten, das hier ist neu. Das hier ist neu. Das Johnson bei ihr einzog. Was natürlich sehr, sehr bald geschafft. Briefe schreiben zum Zettel hinterlassen. Heute übernachten zwei Leute bei uns. Licht und Mark. Die werden gesucht. Nicht sprechen. Wir haben eine Wanze entdeckt. Ich hab dir den hier in die Tasche gesteckt, damit du ihn unterwegs liest. Bitte vergiss nie. Ich liebe dich. Sei stets wachsen. Aber keine Angst. Nicht wissen ist ein Sinn. Ja. Mutta für Sie sind nicht. Jetzt kann ich sie schlafen. Das ist aber nicht nur ein bisschen. Bei dir. A, sagst du mit dabei. Ich bin fast mit dabei. Vielen Dank.